Sehen, Hören, Fühlen, Riechen. Die Mitarbeiter im Baunertaler VW-Werk schärfen derzeit ihre Sinne. In Schulungen sollen sie für die Produkte des Konzerns sensibilisiert werden. Und das soll letztendlich zu mehr Qualität führen. Aus Liebe zum Detail lautet der Titel des Programms, das an allen VW-Standorten anläuft. In einer zweieinhalbstündigen Schulung werden nach und nach 13.000 Mitarbeiter auf die künftigen Anforderungen vorbereitet. Auch Anfassen gehört dazu. Schließlich will der Kunde später ebenfalls die Qualität des Autos spüren können.